Die Kanzler der Bundesrepublik Deutschland über eine so lange Zeit zu sein, ist kein Zufall, sondern es ist Leistung. Grundsätzlich ist sie misstrauisch. Und dieses Misstrauen wird natürlich je länger sie im Amt ist, desto größer. Da bewundere ich sie wirklich, weil ich denke, meine Güte, dass die Frau aushalten muss, weil sie an der Zappen, dass sie auf alles auf sie einstürzt. Wenn Personen sie stören, da kann sie sehr erfolgreich durchgreifen. Ich glaube, dass sie nicht mehr diejenige ist, die weiß, wie es den Leuten, den ganz normalen Leuten geht. Das ist in ihrer Kanzlerschaft ganz offensichtlich. Der Charakter eines Politikers beweist sich ja nicht nur in seinem Amt, sondern wir sind ja alle auch Menschen. Mitte Mai, München-Trudering. Es ist der erste Wahlkampfauftritt der Kanzlerin in diesem Jahr. Bis zur Bundestagswahl sind es noch vier Monate. Hallo Frau Merkel. Herzlich willkommen in München. Wir würden Ihnen jetzt sehr gerne einen Salud schießen. Gehen Sie bitte alle einfach ein kleines Stück zurück. Wir müssen zurückgehen, sonst nehmen wir die Bördern. Wir werden zwei Bördern-Schüsse machen und die sollen für Sie auch symbolisch ein Auftakt sein für die gute Bundestagswahl. Einst waren ihr solche Termine verhasst. Volksfest, Bayern, Blasmusik. Es war nicht ihre Welt. Aber auch Angela Merkel hat das Bierzelt für sich als Bühne entdeckt. Sie hat gelernt und sie hat sich verändert. Hinter ihr liegen vier Jahre Krise und Koalitionsstreit. Vor ihr liegt der Kampf ums Kanzleramt. Meine Damen und Herren, wenn ich heute zu Ihnen komme, dann natürlich immer gerne nach Bayern. Einmal, weil Sie hier abends um sechs schon längere Zeit gemütlich bei Bier und Brot sitzen und trotzdem das Bundesland sind mit den besten Wirtschaftsleistungen, mit den besten Schulabschlüssen. Ich weiß nicht, wie Sie das alles machen. In Bayern lernt sich es vielleicht schneller oder Sie stehen früher auf als die anderen. Ich weiß es nicht. Es muss jedenfalls so bleiben, wie es ist. Schamoffensive in Bayern. Hier wird eine Woche vor der Bundestagswahl gewählt. Die Christsoziale Schwesterpartei fühlt sich gebauchpinselt. Nur ein gutes Wahlergebnis in Bayern steigert die Wahrscheinlichkeit, dass Angela Merkel Kanzlerin bleiben kann. Dazu brauchen wir ein gutes Wahlergebnis in Bayern. Und umgekehrt kriegen wir auch in Bayern nur ein gutes Wahlergebnis mit Unterstützung der Kanzlerin. Es ist Merkels ganz persönliche Trutzburg geworden, das Berliner Kanzleramt. Von hier aus werden nicht nur die Koalition und die Partei gesteuert, von hier aus wird ganz Europa auf Merkel Kurs gebracht. Diese Macht hat ihren Preis. Ihre harte Haltung hat ihr Respekt eingebracht. Freunde in Europa hat sie sich damit nicht gemacht. Immer häufiger wird der Vorwurf laut, Merkel fehle die europäische Vision, der feste Glaube an Europa. Mehr als eine Gestalterin von Politik sei sie die Physikerin der Macht. Sicherlich ganz typisch ist das Zerlegen von großen Problemen, von möglicherweise großen unlösbaren Problemen in kleine, besser lösbare Probleme. Also kleine Probleme, kleine Erfolge, ganz pragmatisch sukzessive peu à peu vorgehen. Das würde ich sagen, ist die typische Arbeitsweise von Physikern und von Physikerinnen. Man musste immer einen Schritt gehen und dann wieder schauen, was hat das bewirkt und was ist das nächste Problem. Und das ist so, wenn man eine Herausforderung zu bewältigen hat, die es vorher so noch nicht gab. Der Hilferuf des griechischen Ministerpräsidenten Papandreou Anfang 2010 ist dramatisch. Griechenland schlittert in die Pleite. Der Euro gerät in Gefahr. Europa muss helfen. Während in Athen Demonstranten ihrer Wut freien Lauf lassen, muss die deutsche Kanzlerin einsehen, dass es ohne Hilfe von außen nicht geht. Im Januar, Februar 2010 wurde offensichtlich, dass es ein größeres Problem mit Griechenland gibt. Und von da an haben wir in sehr schneller Folge auch Entscheidungen treffen müssen. Mai 2010 dann der erste große Euro-Rettungsschirm, EFSF, die Troika und all das, was uns heute als Worte doch sehr geläufig geworden ist. Monatelang hat sich Merkel gegen direkte europäische Hilfe für Griechenland gestemmt. Deutsches Steuergeld für griechische Banken sei zu Hause nicht zu vermitteln. Sie bringt den internationalen Währungsfonds ins Gespräch. Der soll Geld geben, aber vor allem die notwendigen Reformen scharf überwachen. Wir hatten am Anfang der Euro-Krise eine unterschiedliche Meinung. Weil ich zu den wenigen gehört habe, die gesagt haben, es müssten eigentlich die Europäer alleine können. Wir brauchen keinen internationalen Währungsfonds. Und die Kanzlerin hat gesagt, das mag schon sein. Eigentlich haben sie theoretisch recht, aber praktisch der internationale Währungsfonds ist verlässlicher. Und ich habe in den Jahren seitdem ein paar Mal gesagt, sie hat recht gehabt. Und ich hatte damals in der Frage nicht recht. Es hat meiner Ansicht nach am Anfang auch in der Definition dieser Krise daran gefehlt, die Tiefe der Krise zu sehen. Eine Krise nicht nur hoher Verschuldung, sondern auch mangelnder Wettbewerbsfähigkeit, nicht effizienter Strukturen. Und um Vertrauen wieder zu gewinnen, war es eben nicht nur nötig, einfach zu helfen, sondern gleichzeitig auch die Probleme bei der Wurzel anzupacken. Es entsteht die Merkelsche Rettungslogik für Europa. Nur wer sich den Spar- und Reformprogrammen und der gleichzeitigen Kontrolle beugt, wird mit deutschem Geld rechnen können. Immer neue Milliardenpakete werden geschnürt. Eine große Koalition versammelt sich hinter einem Wort der Kanzlerin, das 2010 zum Unwort des Jahres wird. Die zu beschließenden Hilfen für Griechenland sind alternativlos, um die Finanzstabilität des Eurogebietes zu sichern. Es gibt keine alternativlose Politik. Einer der, wie ich finde, dümmsten Sätze, die man sagen kann. Es gibt immer eine Alternative. Ich habe es einmal gebraucht, dieses Wort, und war in diesem Moment, weil ich 100 Prozent davon überzeugt bin, dass der Euro erhalten bleiben muss, der Meinung, dass dieses der Weg ist, um Griechenland eine Zukunftschance zu geben. Widerspruch gibt es kaum. In den eigenen Reihen grummelt es, aber nur wenige begehren auf. Ich habe sowohl dem ersten Hilfspaket für Griechenland zugestimmt, als auch dem vorläufigen EFSF, dem vorläufigen Rettungsschirm. Ich habe dann allerdings gesagt, weiter kann und möchte ich nicht gehen, denn ich bin der festen Überzeugung, dass man eine Krise, die entstanden ist, durch Überschuldung, nicht durch immer neue Schulden, neue Kredite lösen kann. Trotz Zustimmung zweifelt auch die Opposition an Merkels Linie. Die Kritik ist, dass Frau Merkel eine sehr einseitige Vorstellung über die Ursachen dieser Krise hat, nämlich die Staatsverschuldung. Und dementsprechend einseitig ist ihr Krisenmanagement, nämlich sparen, sparen, sparen. Sie hat immer erst mal gewartet und dann gesagt, ja, so machen wir es. Also immer ein bisschen zu wenig, immer ein bisschen zu spät und am Schluss dann doch jedenfalls auch aus meiner Sicht in die richtige Richtung. Kein Buster, keine Bauchentscheidung. Merkels Stil ist anders. Abwarten, zögern, ausgleichen. Ich glaube, Angela Merkel begreift ihr Regieren als moderieren. Sie begreift Opposition als man kann alles ankündigen und voll Attacke und muss für nichts haften, weil man ja auch nichts umsetzen muss. Wohingegen als Regierung man moderieren muss, weil man Lösungen liefern muss, weil die Leute, so glaubt Angela Merkel, vor allen Dingen eben an den Lösungen interessiert sind und nicht so sehr am Weg dahin. Das ist etwas, was bei ihr, glaube ich, eben auch ausmacht, dass sie in ihrer Regierungszeit immer wieder auch die Schritte vorangegangen ist, aber an dem Tempo, das notwendig ist, dass alle mitkommen können. Für manche heißt das langer Atem, für andere zaudern. Wenn Politik eben vor allen Dingen auch Interessensausgleich ist, dann wartet sie eben sehr lange. Sie hat, glaube ich, vor allen Dingen die Eigenschaft, Geduld haben zu können. Und das mag sie als Physikerin auszeichnen, dass man Geduld haben muss. Merkels Herrschaft kommt im Gewand des Kümmerns daher. Das hat ihr den Beinamen Mutti eingebracht. Und so prägen Nähe und Strenge auch das Bild der Chefin Angela Merkel. Zum Beispiel, wenn man mit ihr streitet. Niemals laut, immer sachorientiert, immer niemals verletzend. Die wird laut, die wird sehr präzise, sehr schneidend, aber laut nicht. Wenn man sie unterschätzt, hat man verloren. Sie ist immer sehr, sehr gut vorbereitet. Sie weiß über alle Details Bescheid. Und ja, das zwingt zu höchster Sachkunde, wenn man mit ihr eine inhaltliche Diskussion führt. Ihren Erfolg als Seiteneinsteigerin haben ihr viele lange nicht gegönnt. Anfeindungen, Mobbing. Der Mensch Merkel musste viel aushalten und hat durchgehalten. Das hat sie gelehrt, dass sie sich am Ende nur auf sich selbst verlassen kann. Letzten Endes präsentiert sich Angela Merkel uns im Moment als Königin. Sozusagen die Königin von Deutschland, die jetzt nicht mitmischt, sozusagen im Getümmel der Politiker, die sich da gegenseitig anfeinden und beschimpfen. Da ist sie nicht dabei, sondern sie steht oder versucht den Eindruck zu erwecken, über den Dingen zu stehen, dass sie von oben und in aller Ruhe dieses Land führt. Und dann kann sie noch was, das darf man nicht unterschätzen, sie kann zufällig lächeln. Das macht sie nicht schlecht, dieses zufällige Lächeln. So, aber nun ist auch gut, ich muss jetzt wieder sagen, was alles für eine falsche Politik macht. Aber ich glaube, dass sie dadurch sich natürlich auch so eine gewisse Stellung erarbeitet hat. Vielleicht ist das einer der wichtigsten Beiträge, den man im Augenblick in Europa überhaupt für die Politik leisten kann. Nämlich diesen Interessenausgleich zwischen offensichtlichen Spannungen einigermaßen auf allen Seiten akzeptiert, einigermaßen auf allen Seiten akzeptiert zu moderieren. Mit diesem Stil hat Merkel auch ihren impulsiven Partner Sarkozy gezähmt. Solange die Achse Paris-Berlin zusammenhält, beugt sich auch der Rest in Europa. Mit dem neuen französischen Präsidenten Hollande muss sich Merkel 2012 umstellen. Die Südländer begehren auf gegen ein deutsches Spardiktat. Der deutsch-französische Motor stottert. Ende Juni kommt es in Brüssel zur Monti-Show, dem Aufstand des Südens gegen Deutschland. Ungewohnt aggressiv attackiert der Italiener hinter verschlossenen Türen die deutsche Kanzlerin. Was ich tat, war am Abend des ersten Tages, am 28. Juni, zu sagen, Sorry, aber ich werde Italiens Zustimmung zum Wachstumspaket nicht geben. Verständlicherweise sorgte das alles für etwas Aufregung, denn es ist nicht üblich, das Vetorecht im Europarat einzusetzen. Nach einer langen Nacht verlässt die Kanzlerin am frühen Morgen die Verhandlungen. Erschöpft verwechselt sie die Mikrofone. Ihr letztes Statement gibt sie nicht dem deutschen Fernsehen, sondern einem arabischen News-Sender und einer Schweizer Anstalt. Monti hatte sie schlicht erpresst. Merkel verlässt den Gipfel als Geschlagene. Es war vielleicht das erste Mal, dass Deutschland mit einer bestimmten Position in Verhandlungen getreten ist, die dann nicht zu 100% zu einem Beschluss des Rates wurde. Naja, also zum Schluss zählen ja die Fakten und ich glaube, da ist an diesem Gipfel gar nichts passiert. Wir haben ja dann nachmittags den ESM und den Fiskalpakt abgeschlossen, auch im Deutschen Bundestag. Was ich daraus gelernt habe, ist, egal wie spät es in der Nacht ist, immer eine Pressekonferenz selber machen. In Deutschland freut sich das Kabarett. Unsere Kanzlerin Steinhardt, der Fels in der europäischen Brandung. The Rock. Und drei Tage später musste sie nach Rom zum kleinen Gipfel mit Herrn Monti und Herrn Rachoi. Und die saßen dann und sagten, ob ach, der Stein kommt und haben gesagt, jetzt spielen wir mit der mal schnick, schnack, schnuck. Du bist das Papier, ich bin der Brunnen. Du wickelst sie ein, ich versenk sie. Wo führt sie? Was macht sie? Auf wessen Schultern wird denn ihre großartige Führungskraft ausgetragen? Sie hat fast ganz Südeuropa gegen uns aufgebracht, was sehr beschämend ist, um es mal vorsichtig auszudrücken. Zweieinhalb Jahre nach Beginn der Krise fährt Merkel im Sommer 2012 erstmals nach Griechenland. Erst jetzt hat sich Europa entschieden, das Pleiteland auf jeden Fall im Euro zu halten. Meine Entscheidungen zur Solidarität sind immer dann gefallen, wenn ich davon überzeugt war, dass die Ursachen des Problems auch erkannt wurden. Sehen Sie mal, das ganze Motto besteht darin, die Agenda 2010 europäisch zu übersetzen, in Griechenland überall einzuführen. Aber was soll denn daraus werden? Wir kürzen der Friseurin und der Krankenschwester das Gehalt. Wir schicken die Leute aus dem öffentlichen Dienst nach Hause. Die fragen sich ja zu Recht, was habe ich denn mit der Krise zu tun? Habe ich die verursacht? Auf den Plätzen Europas, wie in Athen vor dem Parlament, kann Merkel die Wut sehen. Sie ganz persönlich machen die Menschen verantwortlich. Für Kürzungen und Entlassungen. Mit drastischen Vergleichen. Angela Merkel hat ihr Verhältnis zu Europa verändert. Die Angst vor deutscher Dominanz bleibt. Wir wollen kein deutsches Europa. Wir wollen ein starkes Europa, weil sie ganz gut verstanden hat, dass die europäische Einigung nicht nur in der Vergangenheit ungeheuer erfolgreich war, sondern die richtige Antwort für die Zukunft ist. Frühjahr 2013. Hochwasser in Deutschland. Erinnerungen an den Wahlkampf Schröder gegen Stolber kommen auf, elf Jahre zuvor. Sechsmal hat die Kanzlerin Hochwassergebiete besucht. Auf der ersten Tour kommt sie nach Greiz in Thüringen. Das Wasser ist gerade erst weg. Der Schlamm und der Müll sind noch da. Wie immer, wenn die Kanzlerin kommt, kommen auch die Medien. Ich werde ja nicht abgemüchtern, dass wir alle auch hören, ja, das soll jetzt. Normalerweise haben wir eine schöne Rekorde da, aber... Merkels Stab arbeitet an der Kontrolle. Ein gefälliges Bild soll entstehen. Der Inszenierung von der Kanzlerin, die sich kümmert, wird ein weiteres Kapitel hinzugefügt. Man sieht eine andere Merkel. Zugewandt und locker. Da haben wir uns nicht gewartet. Ach, hier haben wir uns nicht zockt. Ach, hier. Ja, alles, was wir durchgekriegen sind. So. Guten Tag. Guten Tag, hallo. Ich wollte nur fragen, was Sie jetzt hier machen. Was da rauskommt? Wir sind im Einsatz von der Energieversorgung. Ja, klar. Und bauen die Versorgung, die Versorgung würde aufreicht. Oh ja. Alles Gute. Ja, danke. Da muss man ja auch ein gutes Gefühl haben, wo es liegt, woran es liegt. Ja, sicher. Das sollte schon ein bisschen aufpassen. Das ist der Schaden bei Herrn Größer. Hallo. Alles Gute. Danke. Seit Schröders Auftritt in Gummistiefeln 2002 weiß Angela Merkel um die Bedeutung solcher Bilder. Und sie weiß auch, dass man ihr Wahlkampf im Hochwasser vorwerfen würde. Schauen Sie, ich bin Bundeskanzlerin und ob die Flut im Jahre 2010, 11, 12 oder 13 kommt. Ich finde, ich bin an so einem Tag und in solchen Tagen bei den Menschen. Und die Menschen sind bei ihr. Auch wenn Angela Merkel nach gut einer Stunde wieder ins Auto springt. Schauen Sie bitte Platz machen. Die Bilder, die Inszenierung von Politik, Angela Merkel hat sie perfektioniert. Audienz wie am Hofe, die regelmäßigen Gipfel im Kanzleramt. Jugendarbeitslosigkeits-Integrations-Frauengipfel, Familiengipfel, Politik als Event. Der Höhepunkt soll Mitte Juni der Gipfel mit dem amerikanischen Präsidenten werden. Transatlantischer Schulterschluss vor dem Brandenburger Tor. Wenn da nicht diese neue Buchstabenkombination wäre. Prism. Kurz zuvor hatte Edward Snowden über die Spähprogramme des US-Geheimdienstes NSA berichtet. Barack Obama, der gute Freund aus Amerika, steht plötzlich da wie der Anführer eines Schnüffelstaates, der millionenfach E-Mails aus deutschen Computern absaugt. Das Wort Freundschaft klingt auf einmal wie Hohn. Unter Freunden, was bald darauf zu Prism bekannt ist, scheint wenig freundschaftlich. Vier Wochen und einige Enthüllungen später. Angela Merkel hat längst erkannt, dass ihr die Geheimdienstaffäre gefährlich werden kann. Was wusste die deutsche Regierung? Haben deutsche Dienste mit den Amerikanern paktiert? Oder ist die Ahnungslosigkeit echt? Und was ist eigentlich schlimmer? Nichts wissen oder nichts sagen? Mir ist es völlig unmöglich, hier eine Analyse von Prism vorzunehmen. Auf deutschem Boden hat man sich an deutsches Recht zu halten. Der Zweck feiligt nicht die Mittel. Bei uns in Deutschland und in Europa gilt nicht das Recht des Stärkeren, sondern die Stärke des Rechts. Sätze, die Entschlossenheit beweisen sollen und Hilflosigkeit zeigen. Ihre Strategie des Kümmerns stößt an realpolitische Grenzen. Amerika herrscht über die Welt, herrscht vor allem über den Westen. Das haben wir jetzt durch den Fall Snowden nochmal auf eine sehr traurige Art und Weise erlebt. Und da ist Angela Merkel nicht die Frau, die sich hinstellt und sagt, so Amerikaner oder lieber Herr Obama, das machen wir nicht mit. Angela Merkel ist gezwungen, ihr Verhältnis zu Amerika neu zu justieren. Ihrem Herausforderer eröffnet die schleppende Aufklärung eine unerwartete Flanke. Und Peer Steinbrück schießt sich auf die Amtsinhaberin persönlich ein. Die hat die Richtlinienkompetenz. Die ist nicht präsidial über irgendeinem Kabinett, sondern ist die Chefin eines Kabinetts, für das sie Verantwortung hat. Und daran ist sie zu erinnern. Die SPD hat in verantwortungsloser Weise und offenkundig in Verzweiflung über ihren schlechten Wahlkampf ein Thema versucht zu ergreifen, das jetzt wie ein Kartenhaus zusammenfällt. Der Vorwurf der vermeintlichen Totalausspähung in Deutschland ist nach den Angaben der NSA, des britischen Dienstes und unserer Nachrichtendienste vom Tisch. Wir werden hier in Deutschland den Druck auf die Bundesregierung aufrechterhalten. Das ist auch deshalb notwendig, weil wir immer noch nichts wissen über die Einzelheiten von Prisons. So ein Wahlkampf sucht sich irgendwann ein Thema und in diesem Fall scheint das Thema gefunden zu sein. Es geht um die Ausspähereien eines möglicherweise leicht durchgedrehten amerikanischen Geheimdienstsystems. Das ist sehr facettenreich, geht um die Privatsphäre der Leute, aber offenkundig sind die Leute gar nicht so sehr elektrisiert von der Bedrohung ihrer Privatsphäre durch solche Ausspähaktionen. Das Spannungsfeld von Freiheit und Unfreiheit ist Angela Merkel nicht unbekannt. Gemeinsam mit ihrem Mann präsentiert sie Ende Mai ihrem Lieblingsfilm, Die Legende von Paul und Paula. Eine Geschichte über das Leben und die Liebe in der DDR. Aber auch ein Film über den Ausbruch aus einer überwachten Gesellschaft. In der Summe bin ich nie zu dem Schluss gekommen, mein Leben war jetzt irgendwie umsonst oder ich bin nur eingesperrt. Und trotzdem konnte immer ganz schnell Schluss sein, dass es noch lustig war. Hier sieht das alles, das war eben eine Facette, wo es gut war, aber man war im Grunde immer in der Hand von irgendwelchen Mächten, die entschieden haben, wie es jetzt geht. Die DDR-Herkunft forderte von Angela Merkel Unscheinbarkeit. Angepasst sein als Überlebensmotto. Anders als heute. Da stellt das Amt sie in die erste Reihe. Vor 27 Jahren war das noch anders. Damals versteckte sich Angela Merkel. Die hätte sich nie in die erste Reihe gestellt. Also als junges Mädchen, als, ja, junges Mädchen, schon gar nicht. Aber hier als schon promovierte Wissenschaftlerin, da stellte sie sich auch in die letzte Reihe. Die junge Merkel, geborene Kasner, ist zurückhaltend, schüchtern und strebsam. Sie ist nicht durch äußere Aktivitäten anerkannt worden oder geliebt worden, geachtet worden, sondern weil sie sehr gut war, weil sie sehr klug war. Manche haben dann gesagt, die auch mit ihr gemeinsam übten. Na, Angela, wir sagten früher Angela, ja. Angela, kommen wir nicht ran. Im freiwilligen Russisch-Wettstreit rangiert die ehrgeizige Angela regelmäßig ganz oben mit. Platz 1 schon 1969 bei einer Bezirks-Olympiade. In Hamburg geboren, wächst Angela Merkel in Templin auf. Die Familie war 1957 in die DDR übergesiedelt. Ihr Vater, von Beruf evangelischer Pastor, hatte eine Pfarrstelle im Osten angenommen. Auch wenn sich Pastor Kasner um eine friedliche Koexistenz von Kirche und DDR-Staat bemüht, gelten er und seine Familie als systemkritisch. Angela Merkel hat sehr früh gelernt in ihrem Elternhaus, dass es gefährlich ist, gefährlich sein kann, seine Meinung zu sagen. Und das haben ihre Eltern auch eingeschärft. Was hier zu Hause im Pfarrhaus besprochen wird, das darfst du in der Schule nicht erzählen, weil das kann uns allen schaden. Ihr kirchliches Elternhaus wird Merkel später bei ihrem Berufswunsch Lehrerin für Russisch und Physik im Wege stehen. Angela Merkel hat ein nüchternes Verhältnis zum Regime. Sie ist nicht für die DDR, aber auch nicht dagegen. Sie arrangiert sich. Die waren alländisch politisch in dem Sinne. Klar waren die Mitglieder der Jugendorganisationen und trugen auch die Kluft. Die Texte über Lenin mussten sie auch lernen, natürlich. Aber Texte, wenn man Lenin gerade wieder einen Geburtstag hat, den 100. oder was weiß ich, oder Ernst Thämein oder so. Na sicher, das lag in der Natur der Sache. Aber politisch engagiert waren die nicht. Auch Angela Merkel trägt das blaue Hemd der Freien Deutschen Jugend, der DDR-Jugendorganisation. Bis heute muss sie sich regelmäßig gegen den Vorwurf wehren, tiefer in das System verstrickt gewesen zu sein als bisher bekannt. Statt Kulturbeauftragte, wie Merkel angibt, sei sie in der FDJ für Agitation und Propaganda zuständig gewesen. Wenn du da zuständig warst für Agitation und Propaganda in so einem Bereich, da machen die ja was draus, als ob sie fast im Politbüro gewesen wären. Das ist natürlich ein Blödsinn. Da weiß ich was, da warst du für Wandshaltung und so mit zuständig. Also das erkenne ich zu genau. Das darf man einfach auch nicht überbewerten. Ich glaube, diese unterschiedlichen Biografien, die auch DDR-Bürgerinnen und DDR-Bürger hatten, die verdienen es mal angeschaut zu werden und nicht pauschal bewertet zu werden aus Westdeutschland von Leuten, die von sich selber meistens nicht sagen können, wie sie selbst da gelebt hätten. Angela Merkel findet, sie habe genug gesagt. Wenn Sie ganz frühe Bücher lesen, da habe ich eigentlich auch schon sehr viel erzählt über mich, über mein Leben, aber manchmal ist das damals noch nicht so wahrgenommen worden und wird dann im neuen Kontext immer wieder wahrgenommen. Angela Merkel musste ihre Worte hüten. Das hat sie früh gelernt. Und in der Demokratie, in der Mediendemokratie ist das ja leider genauso letzten Endes, dass man seine Worte hüten muss. Weil wenn man frei und offen spricht, das wissen wir ja, werden die Worte sehr schnell hysterisiert, manchmal verfälscht, aufgebauscht und dann wird aus einem kleinen Satz eine sehr, sehr große Sache. Und sie beherrscht das, was man im Boulevard den roten Teppich nennt. Umgeben von mehr oder weniger wichtigen Zeitgenossen. Angela Merkel ist die wahre Medienkanzlerin. Das Amt hat Angela Merkel härter gemacht. Dem begegnet sie im Frühjahr mit einer privaten Offensive. Die Machtmaschine gibt sich menschlich. Bei einer Talkshow der Zeitschrift Brigitte plaudert sie über Jugend, Alltag, Urlaub. Eines Worgens ging ich mal in ein Geschäft und dann wurde gefragt, how are you? Und ich sagte, wow, wow, wow. Und dann, how are you? Und dann wurde ich erst mal aufgefordert, aus meiner uckermärkischen Verstocktheit ein fröhliches Great herauszupusten. Ich glaube, dass es früher stiller war. Nun komme ich allerdings auch vom Lande. Ich persönlich fühle mich ja nicht immer, dass ich Kanzlerin bin. Also, wenn ich da im Kochtopf rühre, da sage ich ja nicht, die Kanzlerin rühre ich jetzt im Kochtopf oder so. Punkten kann Merkel, wenn sie witzig ist. Sie weiß es und sie nutzt es. Die erfolgreichste Kanzlerin aller Zeiten. Und die lustigste. Obwohl, und das wird sie zu Hause jetzt schockieren, einige ihrer Gags sind gar nicht von ihr. Auch mir hat eine Satiresendung schon mal richtig aus der Seele gesprochen, als es dort hieß, Gott hat die FDP vielleicht nur erschaffen, um uns zu prüfen. Für den Gag schuldest du uns 50 Euro, Fräulein. Merkel und die FDP. Es war die ersehnte Liebesheirat, die da vor vier Jahren mit Schwarz-Gelb geschlossen wurde. Was folgte, waren persönlicher Zank und eine durchwachsene Bilanz. Die erfolgreichste Regierung seit der Wende, wie Merkel sie nennt, hat sich nicht mehr viel zu sagen. Das ist das Normalste von der Welt. Natürlich hat man unterschiedliche Auffassungen. Und da gibt es mal gute und mal weniger gute Zeiten innerhalb einer Koalition. Aber das Verhältnis zwischen Angela Merkel und mir war, ich würde sagen, immer hervorragend. Und zwar von Beginn an, auch über die schwierigen Phasen, die ich in meiner Partei, mit meiner Partei hatte, über die ganze Zeit immer hinweg hindurch. Dabei war es Philipp Rösler, der Merkel ihre bitterste innenpolitische Niederlage beibrachte. Gegen den Willen der Kanzlerin wird Joachim Gauck Bundespräsident. Das hatte Rösler hinter ihrem Rücken mit der Opposition eingefädelt. Ich komme aus dem Flieger und war im Taxi, als die Frau Bundeskanzlerin mich erreicht hat. Und ich bin noch nicht mal gewaschen. Rösler kostet seinen Triumph über Angela Merkel auch öffentlich aus. Angela muss sozusagen aus der Presse dann erfahren, dass der Philipp was anderes vorhat. Jipp. Ja, was soll ich sagen? So war es. An die Aussprache mit Merkel will sich Rösler nicht mehr erinnern. Das war ein Vier-Augen-Gespräch. Ich bin ziemlich sicher sogar. Und das ist auch gut, da ist ein Vier-Augen-Gespräch. Dann bleibt das. Zeichnet, finde ich, auch eine vertrauensvolle Beziehung dann aus. Herr Rösler ist gerne Vizekanzler und das kann ich gut verstehen. Ich glaube, dass Frau Merkel erkennt, dass Philipp Rösler nicht ihr Format hat. Aber sie ist nicht diejenige, die dann so jemanden offen niederringt, sondern die lässt den einfach still auflaufen. Auch heute beantwortet Merkel Fragen zu Rösler eher knapp. Ich arbeite sehr gut mit Philipp Rösler zusammen. Und wir haben, glaube ich, das sieht man in dieser Regierungskoalition, in der christlich-liberalen Koalition, wirklich viele schwierige Situationen gut gemeistert. Atemberaubend die doppelte Wende bei der Atomkraft. Zunächst verlängert die Koalition die Laufzeiten der deutschen Kraftwerke. Wenige Monate später, unter dem Eindruck der Katastrophe in Fukushima, im März 2011, steigt Schwarz-Gelb aus der Atomenergie aus. Da ist bei mir sehr schnell der Eindruck entstanden, das hat auch Auswirkungen auf uns. Und insoweit habe ich dann sehr schnell eigentlich für mich entschieden, dass wir zumindest einen gesellschaftlichen Konsens im Zusammenhang mit der Kernenergie brauchen. Ja, es ist ja nicht eine Entscheidung von Merkel gewesen, sondern es war eine Entscheidung, die dann im Bundestag fast alle Parteien gemeinsam getroffen haben, nach dieser Katastrophe. Und man kann auch nicht sagen, dass es eine Entscheidung war, wo Angela Merkel sich an die Spitze der Bewegung gestellt hätte, sondern sie wurde gezwungen, durch Fukushima. Ich glaube, so rum muss man das sehen, nach dem ganzen Vorlauf, den das hatte. Der GAU in dem japanischen Atommeiler entscheidet ein gesellschaftliches Streitthema. Der Grundsatzkonflikt um die richtige Energieform scheint von gestern. Stattdessen streiten die Parteien jetzt um die richtigen Schritte bei der Energiewende. Die Aufgaben sind nicht bewältigt bis heute. Und das ist auch schwierig, weil aus dem Stand heraus, da die Entscheidung spontan getroffen worden ist, keiner sie so vorbereiten konnte und auch wollte, liegt die Herausforderung immer noch darin, die Details zu klären. Alle Beteiligten knabbern noch an dieser Frage. Wir haben uns für einen teureren Weg entschieden. Und es wird am Ende auch nichts helfen. Wir werden ihn alle gemeinsam tragen müssen. Zum ersten Verlierer der Energiewende wird Norbert Röttgen. Er, der schon lange für einen Ausstieg geworben hatte. Nach der verlorenen Wahl in Nordrhein-Westfalen schmeißt die Kanzlerin ihren Umweltminister im Mai 2012 raus. Ich war der Meinung, dass wir schon einen personellen Neuanfang brauchten nach der Wahlniederlage in Nordrhein-Westfalen und nach der Situation, dass einfach der Umweltminister mit diesem ganzen Ressort erneuerbarer Energien ein wirklich starker Minister sein musste. Ausgerechnet Röttgen, der als Merkels Kronprinz gehandelt wurde, dessen Spitzname Muttis Liebling war. Sie statuiert ein Exempel. Ich glaube, dass sie Herrn Röttgen ganz klar als Konkurrenten wahrgenommen hat. Auch als Konkurrenten, der in besonderer Weise illoyal ist. Weil Frau Merkel mitbekommen hat, dass Norbert Röttgen nicht gut über sie redet. Da hat sie gesagt, so mein Bürschchen, das habe ich mir jetzt lange genug angehört und jetzt hast du einen großen Fehler gemacht und jetzt bist du weg. Ihre Macht kommt normalerweise ohne große Gesten aus. Das war eine und darum fiel sie auf. Lang ist die Liste der Verluste auf Merkels Weg. Jung, Koch, Köhler, Rüttgers, von Beust, zu Guttenberg, Müller, Mappus, Wulff, Röttgen, McAllister, Schawan. So unterschiedlich die Gründe sind, ihre Stärke offenbart die Schwäche der anderen. Angela Merkel ist eine starke politische Führerin. Und das bedeutet, dass auch viele am Ende nicht die politische Führung übernehmen, weil sie sie hat. Und mag sein, dass sie nicht alle, die zugetraut haben, aber sie hat sie. Beim Rücktritt von Annette Schawan blitzt kurz der Mensch Merkel durch. Sie verliert auch eine Freundin im Kabinett. Ich habe diesen Rücktritt sehr schweren Herzens angenommen. Freundschaft hängt nicht an Amtszeiten und wirkt über diesen Tag hinaus. Das ist ein Stück mehr als Bedauern. Es tut weh. Und ich hatte den Eindruck, das hat ihr auch wehgetan. Ja, das ist keine einfache Entscheidung. Und trotzdem bin ich aufgefordert, natürlich das zu tun, was auch für das Land gut ist. Ich habe 2005 mal gesagt, ich möchte Deutschland dienen. Und dazu gehören auch schmerzhafte Entscheidungen. Die personellen Verluste offenbaren eine Schwäche in Merkels System. Ihre Auftritte im Wahlkampf, wie Anfang Mai im Hansapark in Schleswig-Holstein, sind eine One-Woman-Show. Merkel verkörpert die Partei. Ihre Machtbasis, die CDU, erodiert. Starke Ministerpräsidenten werden selten. Nachwuchskräfte sind Mangelware. Die Traditionalisten beklagen den Verlust alter CDU-Werte. Ja, Kindergarten. Homo-Ehe. Was gibt es noch? Es wird alles gemanagt, aber nicht mehr gestaltet. Die Partei sehnt sich danach, geführt zu werden, inhaltlich. Und dafür hat sie keine Zeit mehr und hat vielleicht auch keinen Sinn. Das ist eine völlig andere Zeit als die Zeit von Helmut Kohl oder die Zeit von Konrad Adenauer. Aber das verstehen nicht alle in der CDU, das ist wahr. Aber das sind kleine Minderheiten. Und das ist auch die, die es nicht verstehen können oder verstehen wollen. Die haben eher das Problem, dass sie zu sehr nach Rückmärz schauen und denken, früher sei alles besser gewesen. Merkel rückt die Union weiter in die Mitte. Mietpreisbremse und Mindestlohn übernimmt sie von den Sozialdemokraten. Themenklau mit dem Ziel, den eigenen Machterhalt zu sichern. Es gehört zur Strategie, nicht anzuecken, niemanden aufzuregen, für alle wählbar zu sein. Aus der kantigen CDU hat Merkel eine abgeschliffene Partei geformt. Ich finde, wir stehen jeden Tag vor riesigen neuen Aufgaben. Was sich verändert hat, ist die Art dieser Aufgaben. Und ich glaube, dass wir Schritt für Schritt aber auch dahin kommen, dass auch die ganze CDU sieht, dass diese Herausforderungen auch spannend sind, obwohl sie andere sind als zu Zeiten des Kalten Krieges, als zu Zeiten der Gestaltung der deutschen Einheit. Sie mutet der Partei in diesem Veränderungsprozess auch manches zu. Das gehört zur Aufgabe von Vorsitzenden. Angela Merkel hat sich die CDU zum Untertan gemacht und die Partei spurt, solange es den Erfolg garantiert. Wenn die nicht mehr Bundeskanzlerin ist, wenn das mal kommt im Jahr 2017 oder wann, wenn er nicht mehr gewählt wird, dann wird die CDU am Boden liegen. Und das werfe ich ihr vor. Obwohl Merkel in Fraktion und Partei inzwischen alternativlos scheint, fragen viele in der CDU, was einmal ohne sie werden soll. Manch einer hat sich als Nachfolger längst aussortiert. Nur wenige kommen in Frage. Thomas de Maizière etwa, der lange als Allzweckwaffe galt. Die Drohnenaffäre hat ihn schwer beschädigt. Oder Ursula von der Leyen. Zuletzt hat sich die umtriebige Niedersächsin mit ihrem Vorstoß in Sachen Frauenquote auch nicht sehr beliebt gemacht in der eigenen Partei. Dennoch ist unübersehbar, dass sich von der Leyen für fähig hält, Merkels Nachfolge anzutreten. Auch wenn sie das selbst immer dementiert. Ich mag immer diese Spekulationen überhaupt nicht, denn ich weiß ganz genau, dass jede Generation ihren Kanzler oder ihre Kanzlerin hat. In meiner Generation ist das Angela Merkel und sie macht einen hervorragenden Job. Also erstmal kandidiere ich jetzt wieder, um wieder Bundeskanzlerin zu werden. Und mir macht die Arbeit Freude. Und wir alle wissen, es hat sich schon immer noch ein Nachfolger gefunden. Mit fast 60 Auftritten wie Ende Juli an der Ostsee stürzt sich Angela Merkel jetzt in die heiße Wahlkampfphase. Omnipräsenz, die wohl auch ein Mediengerücht klein halten soll. Sie werde nur die Hälfte der Amtszeit absolvieren. Und so kümmert sich die Kanzlerin scheinbar um jeden. Selbst wenn er im Urlaub ist. Ich weiß nicht, ob Angela Merkel irgendwann freiwillig aufhört, aber die Frage stellt sich doch wirklich nicht. Sie ist so im besten Aller für politische Verantwortung. Die Leute haben noch nicht richtig genug von ihr, wie am Schluss von Kohl. Nach 16 Jahren Kohl wollten sie nicht mehr. War aus. Auch interessant. Du kannst auch deine Zeit überziehen. Angela Merkel hat noch nicht genug. Längst ist sie ein Popstar der Politik. Das enge Studierzimmer von einst hat sie hinter sich gelassen. Das, was die Arbeit eines Wissenschaftlers sehr stark ausmacht, immer noch, ist alleine sein mit sich und dem Problem. Das kann sie als Politikerin hier schon lange nicht mehr. Und deswegen musste sie ganz sicher viele Eigenschaften, die sie als Physikerin mal ausgezeichnet hat, schon längst über Bord werfen. Beliebt bei den Bürgern. Ein bisher schwacher Gegenkandidat. Eine Partei, die folgt. Und dennoch, das Rennen zwischen den politischen Lagern ist knapp. Eurokrise, Datenskandal, ein kraftloser Koalitionspartner. Merkels Macht ist keineswegs sicher. Am Ende kommt es nur auf sie an. Untertitelung vonts também auf sie. Over dem kind. Untertitelung des ZDF, 2020